Flux FM in digitaler Gesellschaft. Fast kommt es einem vor wie eine unendliche Geschichte. Seit Beginn der Legislaturperiode im Jahr 2013 will die Große Koalition schon dafür sorgen, dass WLAN-Betreiber ihre Netzzugänge für die Allgemeinheit öffnen können. Und zwar ohne Angst haben zu müssen, wegen Rechtsverletzungen von Nutzerinnen und Nutzern kostenpflichtig abgemahnt zu werden. Nach viel Hin und Her und einem eher missglückten Versuch, ein entsprechendes Gesetz zu erlassen, hat das Bundeskabinett sich in der vergangenen Woche jetzt auf einen Entwurf geeinigt. Und der soll noch in diesem Jahr vom Bundestag verabschiedet werden. Ja, wie sieht es aus? Das wollen wir wissen. Werden offene Netze jetzt endlich auch in Deutschland zur Normalität, wie es in vielen anderen Ländern schon üblich ist? Darüber sprechen wir mit Volker Tripp vom Verein Digitale Gesellschaft. Schön, dass du da bist. Hallo. Nochmal kurz zum Verständnis, auch wenn wir schon öfter dieses Thema angesprochen haben. Was war nochmal genau das Problem, wenn jemand sein WLAN für die Allgemeinheit öffnet? Na, dann haftet er. Also wenn ich hingehe, ich mache mein WLAN auf und jeder kann da einfach so reingehen. Und die Nutzer benutzen dann zum Beispiel ein File-Sharing-Programm darüber, begehen irgendwelche Urheberrechtsverletzungen. Dann kann der Betreiber dieses WLANs dafür haftbar gemacht werden. Und zwar in Gestalt einer kostenpflichtigen Abmahnung. Und wegen der Gefahr dieser kostenpflichtigen Abmahnung haben halt viele Betreiber einfach darauf verzichtet, ihr WLAN aufzumachen, sondern haben es eben Passwort gesichert, sodass man nicht ohne weiteres reinkommt. Die GroKo hat ja schon im Koalitionsvertrag von 2013 versprochen, die Voraussetzungen für offene Funknetze zu schaffen. Was ist denn in der Zwischenzeit passiert? Ja, also da gab es ganz schön viel auf und ab und hin und her, würde ich sagen. 2015 gab es einen ersten Gesetzentwurf, der da präsentiert wurde. Da war tatsächlich noch vorgesehen, dass WLAN-Betreiber eben nur dann von der Haftung für Rechtsverletzungen durch Nutzerinnen und Nutzer freigestellt werden, wenn sie ihr WLAN-Passwort sichern zum Beispiel oder wenn sie die Nutzer registrieren. Und da gab es sehr viel Widerstand, unter anderem von uns, aber auch von vielen anderen, zum Beispiel auch von der EU-Kommission und von vielen Rechtsexperten. Und dann hat man diesen Entwurf immer wieder geändert und Mitte 2016 ist es dann tatsächlich dazu gekommen, dass ein erster Gesetzentwurf verabschiedet wurde. In dem hat man alles Mögliche geregelt, aber dummerweise nicht die Abschaffung dieser sogenannten WLAN-Störerhaftung. Das stand nämlich nur als frommer Wunsch in der Gesetzesbegründung, aber leider nicht in dem Gesetz selbst. Und wie es kommen musste, gab es also kurz danach, ein paar Monate danach, ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs, bei dem dann auch die Politik einsehen musste, ups, hätten wir vielleicht doch mal besser diese Unterlassungsansprüche. Um die ging es nämlich tatsächlich sauber abgeschafft in dem Gesetz und das nicht nur in die Begründung reingeschrieben, weil Gerichte sind nämlich an die Begründung nicht gebunden, sondern nur an den Gesetzestext. Und daraufhin hat dann offenbar auch nochmal ein Umdenken in der Großen Koalition eingesetzt. Und das Bundeswirtschaftsministerium hat nochmal einen neuen Entwurf gemacht. Der ist dann Ende des Jahres präsentiert worden, ein sogenannter Referentenentwurf. Und naja, auch der ist wieder heftig kritisiert worden von verschiedenen Experten, auch von uns. Und nun gab es eben in der vergangenen Woche einen Kabinettsbeschluss. Also die Bundesregierung hat jetzt sozusagen festgezurrt, welchen Gesetzentwurf sie einbringt. Und da hat man jetzt nochmal ein paar kleine Änderungen vorgenommen, die tatsächlich ganz gut sind, muss man sagen. Ja, da wäre jetzt die Frage, werden die Hürden darin für offenes WLAN jetzt endgültig abgeschafft? Ich würde sagen, ja, weitestgehend schon. Denn tatsächlich, man ist jetzt hingegangen und hat eigentlich das, was man unter dem Begriff WLAN-Störerhaftung versteht, ein sogenannter Unterlassungsanspruch, den verletzte Rechteinhaber gegen so einen WLAN-Betreiber haben, den hat man jetzt explizit ausgeschlossen. Ersetzt hat man das jetzt allerdings durch einen neuen Anspruch, nämlich jetzt können Rechteinhaber, also zum Beispiel irgendwelche Plattenfirmen oder so, deren Rechte über ein WLAN verletzt wurden, hingehen und verlangen, dass der WLAN-Betreiber zum Beispiel den Zugang zu bestimmten Webseiten sperrt. Oder vielleicht auch, dass er bestimmte Ports sperrt. Und in diesem Referentenentwurf, der jetzt diesem momentanen Entwurf vorausgegangen ist, da war das alles noch nicht so ganz genau formuliert. Da gab es noch einige Rechtsunsicherheiten, Unklarheiten, die hat man jetzt beseitigt. Und jetzt muss man sagen, tatsächlich ist so eine Web-Sperre sozusagen das Schlimmste, was einem WLAN-Betreiber drohen kann. Aber er hat dafür keine Kosten, er kann nicht mehr kostenpflichtig abgemahnt werden. Und er kann auch nicht dazu gezwungen werden, zum Beispiel seinen WLAN dauerhaft abzustellen. Also insofern ist das Haftungsrisiko wirklich weitestgehend minimiert. Und das Schlimmste, was einem passieren kann, ist halt, dass man mal aufgefordert, den Zugang zu bestimmten Webseiten zu sperren. Das ist auch nicht toll. Vor allen Dingen ist das, glaube ich, auch nicht besonders sinnvoll. Denn das nächste offene WLAN ist ein paar Meter entfernt. Oder vielleicht auch nur ein Klick entfernt. Und da ist dann der Zugang zu diesen Webseiten nicht gesperrt. Na gut. Wenn das sein muss, damit alle glücklich sind, ist ja okay. Aber wie gesagt, das Haftungsrisiko ist doch jetzt deutlich minimiert. Okay, klingt also fast so, als wäre alles in Butter. War das einer deiner Kritikpunkte jetzt noch? Oder gibt es da noch mehr verbleibende Kritikpunkte? Nö, eigentlich nicht. Also wie gesagt, das ist eigentlich schon so das Schlimmste, dass man sagen muss, also die Maßnahmen, die da jetzt vorgesehen sind, die sind vielleicht nicht die allerklügsten. Und die sind vielleicht auch nicht die allerwirksamsten. Aber im Großen und Ganzen hat man jetzt, würde ich sagen, schon viele Hürden für offenes WLAN tatsächlich abgeschafft. Wie geht es in dieser Sache dann jetzt weiter? Wann wird das Gesetz in Kraft treten, sodass wir alle schön sorgenfrei unsere WLAN-Zugänge auch mit anderen teilen können? Naja, es ist jetzt nicht mehr allzu viel Zeit. Denn also solche technischen Vorschriften, wie jetzt eben so ein WLAN-Gesetz, die muss man bei der Europäischen Kommission notifizieren. Und diese Notifizierung löst dann eine Stillhaltefrist aus. Das heißt, für drei Monate darf dieses Vorhaben dann nicht vorangetrieben werden. Und das wiederum heißt, mit Blick auch auf die parlamentarische Sommerpause, das wird ganz schön knapp, das in dieser Legislatur noch zu schaffen. Also vielleicht zieht sich das bis ins nächste Jahr hin, wenn wir dann eine Bundesregierung haben, die bereit ist, das Ganze tatsächlich noch zu verabschieden. Das wäre wirklich zu hoffen, weil es ist wirklich überfällig, dass man diese Rechtsänderung vornimmt. Und man muss auch nochmal sagen, es ist schon irgendwie ein bisschen peinlich, dass man seit 2013 daran arbeitet. Und es ist eigentlich eine wirklich winzig kleine Änderung im Telemediengesetz, um die es geht. Und dass das so eine schwere Geburt ist, gerade für so ein Land wie Deutschland. So ein Neuland wie Deutschland? So ein Neuland wie Deutschland. Nee, aber technologisch eben eigentlich doch recht hoch entwickelt. Und dass man da mit solchen Kleinigkeiten sich so rumschlagen muss. Während es in anderen Ländern längst üblich ist, dass es eigentlich überall offene Netze gibt. Ja, ist schon ein bisschen eigenartig. WLAN-Störerhaftung, darüber haben wir nochmal gesprochen bei Flux FM in der Morningshow am Nachmittag mit Volker Tripp vom Verein Digitale Gesellschaft, digitalegesellschaft.de, eure Seite. Da kann man auch zu all diesen Themen sich auf den neuesten Stand bringen. Ihr habt da immer euren Fokus drauf und bringt uns netterweise hier immer wieder auf den neuesten Stand. Vielen Dank, dass wir auch nochmal über dieses Thema jetzt gesprochen haben. Musste aber sein, denn es ist das Aktuellste, die Entwicklung gerade. Das ist gut, dass du uns nochmal da Bescheid gibst. Und ich wünsche dir einen schönen Tag. Dir auch, danke. Flux FM in digitaler Gesellschaft.